Eine Gorilla namens Nia durchlebte eine Geburt, die alle Erwartungen der Spezialisten übertraf. Als die Ärzte eingriffen, waren sie ungläubig, als sie entdeckten, dass die Babys nicht das waren, was sie zu sein schienen. Die Geschichte von heute spielt in Zentralafrika, einer Region, in der die Sonne kaum die dichte Blätterdecke des Chungels durchdringen kann. In dieser Umgebung lebt eine prächtige und mächtige Spezies, die Gorillas. Diese Primaten, die größten ihrer Art, sind bekannt für ihre beeindruckende Stärke und scharfe Intelligenz. Trotz ihres einschüchternden Aussehens sind Gorillas sanfte und gesellige Tiere, die in zusammenhaltenden und vereinten Familiengruppen leben. Unter der Führung eines dominanten Männchens, bekannt als Silberrücken, bewohnen diese Gorillas ein weitläufiges, geschütztes Naturreservat, in dem eine Gorilla namens Nia herausragt. Nia, deren Name Zweck bedeutet, ist eine 17 Jahre alte Weibchen, die sich durch ihren starken Charakter und ihre mütterliche Natur auszeichnet. Im Laufe der Jahre hat sich Nia als respektierte Anführerin ihrer Gruppe etabliert und zeigt eine Weisheit und Geduld, die sie von ihren Gefährten abhebt. Nia ist ein westlicher Flachland-Gorilla, eine Unterart, die akuten Gefahren des Aussterbens ausgesetzt ist. Trotz der fortwährenden Bedrohungen haben diese Gorillas dank der harten Arbeit der Naturschützer in ihrem Lebensraum überlebt. Unter diesen Verteidigern befindet sich Dr. Samuel, ein 46-jähriger Amerikaner, der aus den USA in das Naturreservat reiste, um diese bedrohte Art näher zu untersuchen. Er hat sein Leben der Erhaltung und dem Schutz dieser beeindruckenden Tiere gewidmet. Dr. Samuel, ein Veterinärmediziner und leidenschaftlicher Naturschützer, verbrachte Monate damit, Nia zu beobachten. Mit der bevorstehenden Geburt bemerkte er, dass etwas nicht stimmte. Obwohl Geburten bei Gorillas normalerweise schnell und unkompliziert verlaufen, war Nia bereits seit über 24 Stunden in den Wehen, was auf ein Problem hindeutete. Der besorgte Ausdruck auf Dr. Samuels Gesicht nahm zu, während er Nia kämpfend mit den Wehen beobachtete. Er wusste, dass sowohl Nia als auch ihr Baby in Gefahr sein könnten, wenn die Geburt nicht bald voranschritt. Trotz seiner umfassenden Erfahrung erkannte Dr. Samuel, dass die Situation mehr als seine üblichen veterinärmedizinischen Fähigkeiten erforderte. Die Stunden vergingen und die Anspannung in Dr. Samuels Gesicht intensivierte sich. Nia, die Gorilla, um die er sich seit Jahren gekümmert hatte, hatte eine problematische Geburt und die Bemühungen, ihre Schmerzen zu lindern, zeigten keine Ergebnisse. Nach einer langen Zeit wurde klar, dass Nia externe Hilfe benötigte. Dr. Samuel war in seinem Büro, einer kleinen Hütte neben dem Schutzgebiet. Durch das Fenster beobachtete er die Qualen in Nias Augen und die Schwierigkeiten ihres Körpers. Entschlossen zu handeln, dachte er, es ist Zeit, Verstärkung zu rufen. Er nahm das Telefon und wählte eine Nummer, von der er hoffte, sie nicht benutzen zu müssen. Am anderen Ende der Leitung war ein Team von Spezialisten der University of Pennsylvania School of Feta-Inneri-Medizin bereit zu helfen. Sie hatten bereits in früheren Notfällen mit Dr. Samuel zusammengearbeitet und wussten, dass ein Anruf eine kritische Situation anzeigte. Es geht um Nia, berichtete Dr. Samuel, dessen Stimme vor Besorgnis geladen war. Sie ist seit 24 Stunden in den Wehen und es geht nicht voran. Wir benötigen ihre Hilfe. Wenige Stunden später kam ein Team von Geburtshelfern, Gynäkologen, Chirurgen und Anästhesisten im Schutzgebiet an, bereit zu helfen. Die Überraschung war noch größer, als nicht nur ein Baby, sondern zwei geboren wurden. Und das Erstaunlichste, beide waren keine normalen Babys, sondern Albinos. Der Raum verstummte, während alle das Wunder beobachteten. Albino-Zwillinge, ein extrem seltenes Vorkommen in der Natur und noch seltener bei Gorillas. Mit Tränen der Freude und des Staunens hielt Dr. Samuel die kleinen Gorillas in seinen Händen. Es ist ein wahres Wunder, flüsterte er, seine Stimme voller Bewunderung und Dankbarkeit. Albino-Zwillinge. Das ist etwas, das wir uns nie hätten vorstellen können. Die Atmosphäre im Raum wechselte von Anspannung zu einem Gefühl des Staunens und der Begeisterung. Nia, obwohl erschöpft, sah ihre beiden Nachkommen mit tiefem und sichtbarem Liebe an. Trotz ihres ungewöhnlichen Aussehens waren es ihre Babys, und sie liebte sie von ganzem Herzen. Während Nia sich von der Anästhesie erholte, widmete sich das Veterinärteam den Albino-Zwillingen. Die Neugeborenen, zart und einzigartig, wurden sorgfältig in weiche Decken gewickelt und an einem warmen, sicheren Ort untergebracht. Dr. Samuel und sein Team arbeiteten die ganze Nacht hindurch, um die erforderliche Erstversorgung zu leisten. Am nächsten Morgen hatte sich Nia vollständig von der Anästhesie erholt. Dr. Samuel, mit einem erleichterten Lächeln, brachte sie zu ihren Nachkommen. Es war ein emotionaler Moment, Nia dabei zu sehen, wie sie ihre Albino-Zwillinge zum ersten Mal hielt und streichelte. Seitdem ist Nia bei ihren Babys geblieben und kümmert sich mit bewegender Liebe und Hingabe um sie. Nias und ihre Nachkommengeschichte lädt uns ein, über unsere Beziehung zur natürlichen Welt nachzudenken. Die Geschichte dieser Gorillas zeigt uns, dass das Leben ein kostbares Wunder ist und wir alles tun müssen, um bedrohte Arten zu schützen. Die Entdeckung der Albino-Zwillinge erinnert uns daran, dass die Natur voller Geheimnisse ist und es noch viel über die Welt um uns herum zu lernen gibt. Die Geschichte von Nia ist eine Erinnerung daran, dass selbst in einer immer fragmentierter werdenden Welt Mitgefühl, Hingabe und Liebe einen Unterschied machen können. Was hältst du von dieser Geschichte? Hinterlasse dein Like und abonniere den Kanal. Bis zum nächsten Video.